Symptome und Behandlung für Dengue Dengue ist eine moskito-getragene Viruserkrankung, die in tropischen und subtropischen Nationen endemisch ist, und hat sich als eine echte universelle allgemeine Wohlbefindensgefahr mit der Hälfte entwickelt. Die Gesamtbevölkerung dieser Nationen ist in Gefahr für diese Infektion. Die Infektion mit einem der vier Serotypen der Dengue-Infektion kann eine breite Palette von Manifestationen, die von asymptomatischer Verunreinigung zu einer ernsthaften lebensuntergrabenden Krankheit laufen. Das Fieber ist eine moskito-getragene Krankheit, die in tropischen und subtropischen Gebieten der Welt vorkommt. Mildes Dengue-Fieber verursacht hohes Fieber, Hautausschlag und Muskel- und Gelenkschmerzen. Eine schwere Form von Dengue-Fieber, auch als Dengue-Hemohagi-Fieber bezeichnet, kann schwere Blutungen verursachen, einen plötzlichen Blut- und Todesabfall. Verursachen Punkt Millionen von Fällen von Dengue-Infektion treten jedes Jahr weltweit auf. Dengue-Fieber ist am häufigsten in Südostasien und den westlichen Pazifik-Inseln. Aber die Krankheit hat sich in Lateinamerika und in der Karibik schnell erhöht. Forscher arbeiten an Dengue-Fieber-Impfstoffen. Für heute ist die beste Verhinderung, den Mückenlebensraum in Gebieten zu reduzieren, in denen Dengue-Fieber häufig ist. Mehr als 70 Prozent der Krankheitslast ist in Südostasien und dem Westpazifik. In Lateinamerika und in der Karibik haben die Inzidenz und Schwere der Erkrankung in den letzten Jahren rapide angestiegen. Die afrikanischen und östlichen Mittelmeerregionen haben in den letzten zehn Jahren auch mehr Ausbrüche der Krankheit. Verzeichnet In 2010 Indigene Übertragung von Dengue wurde auch in zwei Ländern Europas gemeldet. Urbanisierung, rasche Bewegung von Menschen und Gütern, günstige klimatische Bedingungen und Mangel an geschultem Personal haben alle zur globalen Zunahme der Dengue beigetragen. Dengue, kann jedoch nicht von Person an Person Kontakt übertragen werden, noch ist es eine luftgetragene Infektion, im Gegensatz zu der Erkältung, die durch Niesen kontrahiert wird und Pusten Die Edis-Egypte gedeiht und züchtet in städtischen Gebieten, wo immer kühles stagnierendes Wasser vorhanden ist. Container wie Wasserkühler oder Wüstenkühler Riesige Töpfe im Garten, Brunnen und Panzer und jeder andere Ort, wo Wasser sammeln kann. Weil es Wasser braucht, um zu züchten, sind Dengue-Inzidenz in Monsun Jahreszeiten höher Die Moskete ist einzigartig in dem Sinne, dass es meistens früh am Morgen oder vor Sonnenuntergang beißt. Es wird angenommen, dass die meisten aktiv für etwa zwei Stunden nach Sonnenaufgang und Von mehreren Stunden kurz vor Sonnenuntergang die meisten anderen Mücken sind gewöhnlich nachtaktiv und neigen dazu, nach der Dunkelheit zu beißen. Es ist die weibliche Spezies, die dazu neigt, die Menschen zu beißen, da die männlichen Edis-Egypte nur an Früchten überleben kann. Das Weibchen braucht menschliches Blut, um sie zu sichern Eier reifen und bei jedem Fressen mehrere Leute beißen können. Die Edis-Egypte ist sehr gut angepasst, um in städtischen Gebieten zu überleben und kann so drinnen und in dunklen, kühlen Orten wie Schränken, Schränken, unter den Betten und so gedeihen. Auf! Die Biss neigen dazu, in den unteren Gliedmassen meist, vor allem Knöchel und Füße zu sein. Symptome Viele Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, können während eines leichten Falles von Dengue-Fieber keine Anzeichen oder Symptome erfahren. Wenn Symptome auftreten, beginnen sie normalerweise 4 bis 10 Tage, nachdem sie von einer infizierten Moskete gebissen werden. Anzeichen und Symptome von Dengue-Fieber am häufigsten enthalten Fieber, so hoch wie 106 F Kopfschmerzen Muskel-, Knochen- und Gelenkschmerzen Schmerzen hinter deinen Augen Sie können auch erleben Weitverbreiteter Hautausschlag Übelkeit und Erbrechen Selten, kleine Blutungen aus dem Zahnfleisch oder Nase Die meisten Menschen erholen sich innerhalb einer Woche oder so. In einigen Fällen verschlechtern sich Symptome und können lebensbedrohlich werden. Blutgefäße werden Oft beschädigt und undicht Und die Anzahl der gerinnselbildenden Zellen in ihrem Blutkreislauf fällt. Dies kann dazu führen, dass Blutungen aus Nase und Mund Schwere Bauchschmerzen Anhaltendes Erbrechen Bleeding unter der Haut, die wie Bluteggisse aussehen könnte Probleme mit Lunge, Leber und Herz Dengue-Fieber-Fakten Dengue-Fieber ist eine Krankheit, die durch eine Familie von Viren verursacht. Verursacht wird, die von Mücken übertragen werden Symptome von Dengue-Fieber sind schwere Gelenk Und Muskelschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Kopfschmerzen, Fieber, Erschöpfung und Hautausschlag Die Anwesenheit von Fieber, Hautausschlag und Kopfschmerzen ist Charakteristisch für Dengue-Fieber.Dengue ist weit verbreitet in den Tropen und Subtropen.Dengue-Fieber wird durch ein Virus verursacht, und es gibt keine spezifische Medizin oder Antibiotika, um es zu behandeln. Für typisches Dengue-Fieber ist die Behandlung gerichtet. Zur Erleichterung der Symptome.Pupaya-Blatt-Extrakt kann verwendet werden, um Dengue-Fieber zu behandeln.Die akute Phase der Erkrankung mit Fieber und Muskelschmerzen Dauert etwa 1 bis 2 Wochen.Dengue-Heimohagisches Fieber ist ein spezifisches Syndrom, das dazu neigt, Kinder unter 10 Jahren zu beeinflussen. Diese Komplikation des Dengues verursacht Bauchschmerzen Blutung und Kreislaufkollaps.Die Verhinderung von Dengue-Fieber erfordert die Kontrolle oder Tilgung der Mücken, die das Virus, die Dengue verursacht.Dempfstoff Für Dengue-Fieber wurde im April 2016 für den Einsatz in Dengue-endemischen Bereichen genehmigt. Ursachen Dengue-Fieber wird durch irgendwelche von 4 Dengue-Viren, die von Mücken, die in und in der Nähe von menschlichen Unterkünften gedeihen, verteilt. Wenn ein Moskito Bei einer Person mit einem infiziert ist Dengue-Virus Das Virus tritt in die Moskito Wenn die infizierte Moskito dann eine andere Person beißt, tritt das Virus in den Blutkreislauf dieser Person ein. Nachdem du dich erholt hast Von Dengue-Fieber Haben sie Immunität gegen das Virus, das sie infiziert, aber nicht zu den anderen 3 Dengue-Fieber-Viren. Das Risiko der Entwicklung von schweren Dengue-Fieber Auch Bekannt als Dengue-Heimohagi-Fieber Tatsächlich erhöht, wenn sie ein zweites, drittes oder viertes Mal infiziert sind. Dengue hat keinen bestimmten Ursprung, obwohl Es gesagt wird Entstand aus dem Swihili-Wort Kadenapepo, was bedeutet, Krampf wie Anfall durch einen bösen Geist verursacht. Nach einer Quelle, die erste berichtet Fall von Dengue stammt aus 992 unter der Yin-Dynastie. Es wurde von den Chinesen als Wassergift bezeichnet. Enzyklopädie Ein Arzt namens Dr. Jose Sabata im Jahre 1771 gab den Namen Brick-Knochenfieber Was bedeutete die Knochen- und Gelenkschmerzen mit hohem Fieber? Die ersten klinisch erkannten Dengue-Epidemien fanden in den 1780er Jahren fast gleichzeitig in Asien, Afrika und Nordamerika statt. Dr. Benjamin Rush, der Aufgenommen hat Der erste Fall einer Epidemie-Krankheit in Philadelphia zurück im Jahr 1780 gab den Begriff gallenremittierenden Fieber. Die Symptome, die dieser Krankheit folgten Waren hohes Fieber Gelenkschmerzen, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Blutungen, Erbrechen, Übelkeit und Schwäche Behandlungen Es gibt keine spezifische Behandlung für Dengue-Fieber. Ihr Arzt kann empfehlen, dass Sie viel Flüssigkeit trinken, um Auszocknung durch Erbrechen und hohes Fieber zu vermeiden Acetaminophen kann Schmerzen lindern und Fieber reduzieren. Vermeiden Sie Schmerzmittel, die Blutung Komplikationen wie Aspirin, Ibuprofen und Baproxenatrium erhöhen Können Sie haben schwere Dengue-Fieber, können Sie benötigen Unterstützende Betreuung in einem Krankenhaus Intravenöse Flüssigkeit und Elektrolitersatz Blutdrucküberwachung Transfusion, um den Blutverlust zu ersetzen Glücklicherweise ist diese Viruserkrankung in der Regel selbst beschränkt und in der Regel ausreichend Hydratation und Schmerzkontrolle wird die Person durch die Infektion zu helfen Jedoch für Dengue Fieber Eine Vorsicht wird von den meisten Ärzten in Bezug auf Hausbehandlung gegeben Nichts droidale entzündungshemmende Mittel sollten wegen der Tendenz der Dengue Vermieden werden Viren, um Heimohagien zu verursachen Dinsaids können die Blutungssymptome hinzufügen Andere Medikamente wie Acetaminophen, Kodan oder andere Mittel, die keine Dinsaids sind, können verwendet werden Schwere Variationen von Dengue-Fieber erfordern in der Regel zusätzliche unterstützende Behandlungen Diese Patienten benötigen oft Krankenhausaufenthalt Für Flüssigkeitshydratation, Bluttransfusinen, Thrombozytentransfusinen, Blutdruckunterstützung und andere Intensivmedien müssen bei diesen Patienten angewendet werden Die Beratung mit Infektionskrankheiten und Fachkräften wird häufig empfohlen, die Patientenversorgung zu optimieren Management von Dengue Wenn Dengue diagnostiziert wurde, sollte die maximale Bettruhe und die Vermeidung von körperlicher Anstrengung für den Patienten sichergestellt werden Verwenden Sie Paracetamol, wie von Ihrem Arzt empfohlen für Schmerzen oder Kopfschmerzen und vermeiden Sie selbst Medikation mit unbekannten Schmerzmitteln, die Ihr Risiko von Blutungen erhöhen können Trinken Sie viele Flüssigkeiten, um Auszocknung zu verhindern, die aus dem hohen Fieber und Erbrechen resultieren kann Stellen Sie eine Ausgewogene, gesunde Ernährung reich an Früchten, Gemüse und Vollkorn Fügen Sie viele Milch und Milchprodukte, um sicherzustellen, dass Ihr Immunsystem gut Ausgestattet ist, um die Infektion zu bekämpfen Verwenden Sie Mosketo-Abweisende Sprays und Cremes für den Rest der Familienmitglieder, um sicherzustellen, dass Sie Nicht infiziert sind Verwenden Sie Mosketonetze in der Nacht und verwerfen Sie alle Behälter oder Töpfe, die stagnierendes Wasser haben Konsultieren Sie einen Arzt Wenn das Fieber nicht nachlassen oder andere Symptome festgestellt werden Stellen Sie sicher, dass Türen und Fenster haben netze Bildschirme, die Moskete eintritt in das Haus zu verhindern Punkt Währung Schutzkleidung wird dazu beitragen, weitere Infektionen zu verhindern Lange Ärmel, volle Hosen und Socken würden dazu beitragen, den Gühlmückenbissen zu vermeiden Wir reisen zu bekannten Dengü-Endemischen Regionen, vor allem in feuchten, warmen oder feuchten Jahreszeiten Verhütung Ausschluss von Kinderbetreuung, Vorschule, Schule oder Arbeit ist in der Regel nicht notwendig, aber Menschen, die Fieber von Dengü-Infektion erleben, sollten nicht In einer Umgebung, wo sie von Mücken gebissen werden können Wenn dies nicht möglich ist, sollten sie zu Hause bleiben, bis sie kein Fieber haben und sie deshalb nicht Mehr ansteckend sind Es gibt keinen Impfstoff, um eine menschliche Infektion durch dieses Virus zu verhindern Persönlicher Schutz und das Umweltmanagement von Mücken Sind wichtig, um Krankheiten zu verhindern Mosketes zu einer infizierten Person mit einem Fieberpunkt Schützen sie sich selbst aus Mückenstichen zu allen Zeiten in Dengü-Bereichen Für Tipps, wie sie sich schützen können, siehe Kampf der Biete.Dengü-Fieber wird durch den Biss einer Edis-Moskete mit einem Dengü-Virus infiziert Übertragen Die Moskete wird infiziert, wenn es eine Person mit Dengü-Virus in ihrem Blut beißt Es kann nicht direkt von einer Person zu einer anderen Person Verbreitet werden.Stopp-Mosketes in ihren Pfaden in einem Land anfällig für Schädlinge Gibt es Produkte in Hülle und Fülle, die Moskete bietet es verhindern können.Put Insektenschutzmittel auf ihrer Haut und Kleidung Die effizientesten Repellanten enthalten D1 Wenden sie Permethrin auf ihre Bettwäsche Tragen sie Kleidung, die ihre Arme und Beine bedeckt Verwenden sie Moskitonetze, die in Sektizid behandelt werden Wenn vorhanden, schalten sie den Wechselstrom ein und schließen sie alle Fensterbildschirme Befreien sie sich von jeder Moskete-Zuchtgebiete Im Allgemeinen wird das Dengü-Fieber innerhalb von zwei Wochen nach der Kontraktion der Krankheit nachlassen, und in schweren Fällen könnte es für eine längere Dauer Bleiben und am Ende erfordert Krankenhaus Behandlung, um verlorene Flüssigkeiten wieder aufzufüllen.Punkt Es gibt keine genaue Heilung oder Impfstoffe für das Virus, aber es ist zwingend erforderlich für sie, um ihre medizinische Fachpersonal zu informieren, sobald die Symptome beginnen zu zeigen. Die medizinische Behandlung hilft bei der Bewältigung von Unannehmlichkeiten und verringert jegliches Risiko von Komplikationen